Herzlich willkommen zur Montage der Mito Lago. Die Leuchte besteht aus drei Kartonagen. Wir haben den Karton mit der Aufschrift Nummer 1. Da ist die Base drin. Mit der fangen wir an. Wir klappen das Ganze auf. Und als erstes die vier Flügel nach außen. Die Fußplatte langsam hochheben. Und ich halte sie jetzt mit der einen Hand fest. Und entnehme den ersten Wickel. Stell den auf. Raste ihn hinten in den beiden Nuten ein. Dann das Ganze nach vorn. Und das gleiche mit dem zweiten. Und jetzt noch den Deckel hier schließen. Und nun langsam die Platte runterlassen. Den Halt prüfen. Steht sicher. Hier noch der Hinweis. Wir haben die Möglichkeit, drei verschiedene Höhen des Hetz zu wählen. Voreingestellt ist 1,45 Meter. Es gibt noch die Möglichkeit, auf 1,60 Meter oder 1,30 Meter zu gehen. Dazu den mitgelieferten Imbusschlüssel nehmen. Diese drei Schrauben ausdrehen. Und das ganze Element um 120 Grad verdreht montieren. Und es kann weitergehen mit der Montage des Bodys. Dazu nehme ich den Body in die Hand. Nehme das Kabel und ziehe es von oben durch die Öffnung durch. Vorsichtig von unten das Kabel in die Zugentlastung einfädeln. S-förmige Kurve. Damit erledigt. Und jetzt kommt als nächstes die Verdrehsicherung. Die lege ich hier ein. Da gibt es nur eine Position. Danach die Mutter. Leicht mit den Fingern drauf drehen. Und jetzt nehme ich mir den Steckschlüssel zur Hilfe. Lege das an. Man sieht, ich habe die eine Hand, die führt hier immer noch den Körper. Und ich wackele so ein bisschen rum, um zu merken, wann die Schraube in ihrer Position ist. Jetzt ist das Ganze schon relativ fest. Und jetzt zum letzten Schritt einen normalen Schraubendreher nehmen. Hier durch. Und mit etwas Gefühl, bitte nicht zu fest, andrehen, fixieren. Und das Ganze ist soweit fertig montiert. Fußplatte, Body sind montiert. Als nächstes ist der obere Teil des Bodys dran. Auch der ist in der Verpackung Nummer 2. Wird auf die gleiche Art und Weise entnommen. Und hat auf der Seite, die zu dem unteren Teil des Bodys zeigt, die Steckverbindung. Die schaut hier raus. Das heißt, der erste Schritt ist, den Stecker mit einem hörbaren Klick einzurasten und dann vorsichtig den Körper drauf zu stecken. Ich richte das jetzt mal nur ganz grob aus. Hier auf der Rückseite ist ein Aufkleber, der uns nochmal genau zeigt, wie die Ausrichtung perfekt sein muss, um eine schöne gerade Linie zu bilden. Im nächsten Schritt ist der Kopf dran. Und was hier wichtig ist, ich brauche den Imbusschlüssel, der beim Body beiliegt. Das ist der kleinste. Ich halte den Kopf mit der einen Hand, ziehe mit der anderen Hand den Körper runter, stelle die Steckverbindung her und drehe jetzt die Madenschraube leicht ein. Bitte nicht zu fest, da ansonsten die Schraube beschädigt werden kann. So, das Ganze ist fest miteinander verbunden. Ich kann das nochmal durch etwas rumwackeln und probieren. Lasse die Leuchte los und sehe jetzt, dass die Ausrichtung noch nicht ganz horizontal ist. Dazu hebe ich den Kopf etwas an und kann hier an der Feinjustierung die Position noch perfekt horizontal einstellen und habe damit die Montage des Kopfs abgeschlossen. Letzter Schritt ist das Netzteil. Das liegt auch dem Body bei. Eine Steckverbindung mit dem Leuchtkabel und das Ganze mit der Steckdose verbinden. Licht geht an, Leuchte ist montiert und wir können uns dem nächsten Schritt der Bedienung widmen. Zur Bedienung der Leuchte haben wir die Touchless Control Steuerung. Kurzes Wischen über den Sensor schaltet die Leuchte aus und an. Ein Halten dimmt das Licht rauf und runter und längeres Halten fadet das gesamte Licht von unten nach oben oder in die andere Richtung. Die letzte Funktion nennt sich Color Tune. Dazu betätige ich beide Sensoren und kann somit die Lichtfarbe stufenlos von 2700 auf 4000 Kelvin einstellen und wieder zurück. Zusätzlich zur Touchless Control Steuerung verfügt jede Leuchte über Ocure Air, sodass ich sie mit meinem Smartphone einrichten, bedienen kann oder auch über den externen Ocure Air Controller. Viel Spaß! Viel Spaß!